Hallo, da ist der Niki, ich bin jetzt Schiffskapitän auf hoher See, das war der erste springende Punkt, und zwar auf der MS Mozzarella, und diese wiederum ist auf der aktuellen Comedy-Show von der Marion Petridge. Ich begrüße Sie, da ist die Gerda Rotschaas, also ihr habt ja gesehen, Sie befinden sich auf der Homepage von der Frau Mario Petrick, ja, klicken Sie halt herum, die Sterne stehen nicht günstig, hätte ich zumindest gesehen. Servus, ich bin's, euer Wolferl, und ich freue mich sehr, ich bin gerade auf der Website von der Petridge, und ich komme gerade von einem Live-Konzert von der Tankstätte, und jetzt gehe ich weiter surfen, und zwar auf ihren YouTube-Button, weil da hat sie ganz klasse Geschichte in die Petridge. Servus! Grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott, das wäre ein Russwurm, und diese Website kommt sicherlich nicht in den besten Familienfeuer, für das Schaden, ha, ha, ha! So, hier ist der Herrbrie Grönemeyer, ha, 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 und ich bin jetzt auf Tinder, Tinder, wo sind die Frauen, ha, 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 Tinder an die Macht, ha, 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 wo sind die Termine, die Termine von der Marion Petridge, saugelle Termine, ha, 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 grüß Gott! Hier spricht der niederösterreichische Landeshauptmannfrau aus St. Pölten, die Hanni ohne Nanni. Ich rufe jetzt kurz den Kurz an, weil der kann übers Wasser gehen und wird uns alle retten. Und das lesen sie dann in den Presseberichten auf der Website von der Marion Petridge. Grüß Gott! Hallo liebe Freunde der Blasmusik, ich bin's, eure Dolly Basta, und ich klicke auf dieser Website jetzt gleich mal auf den Button von Pressefotos, ha, 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 ha! Tagschön, tagschön, liebe Öselfreunde, hier spricht eure Super Angie. Also, diese Website lässt sogar meinen Mundwinkel nach oben gucken, ha, 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 ha! Klicken Sie einfach rum auf dieser Homepage, Sie schaffen das! Toi, 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 ha, 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 ha! Hallo, da ist die Fiona. Also mit meiner Stimme brauchst du keine Moderation buchen, buchst lieber die Marion Petridge. Das ist die tollste, die schönste, die großartigste Moderatorin in meinem ganzen Leben! Hallo, grüß euch schön, ich bin's, die Margarete Fisch, die Fischgeräte bitte! Und ich habe etwas zu sagen. Mit meinen Pippen ist es nicht mehr so wie es einmal war. Und so wie es einmal war, weiß auch schon wenig, gell? Ja! Und auf deiner Homepage freut ihr mich, da gefällt es mich, und deswegen klicke ich gleich auf den Button Newsletter. Pfiert euch derweil, gell? Ha? Ha? Mmmmm Vielen Dank.